Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Game Two. Wir haben wieder den gesamten Gaming-Teich leer gefischt und fette Themen an Land gezogen. Z.B.Käpt'n Tsubasa und kleinere Fische in Unterdemradar. Los geht's aber mit einem richtig dicken Brocken, und zwar Wasteland 3. Hier, nimm. Die Geschichte der Wasteland-Reihe ist eine holprige. 1988 erschien der erste Teil unter der Flagge von Electronic Arts. Ein Nachfolger war aufgrund von Lizenzproblemen in den Jahren erst mal nicht drin. Serienschöpfer Brian Fargo schüttelte deswegen Fallout. Ja, genau, das Fallout aus dem Ärmel. Diese Reihe landete bei Bethesda. Auch wenn es eine halbe Ewigkeit gedauert hat, bis Fargo die Rechte an der Wasteland-Marke wiederbekam und der zweite Teil via Crowdfunding finanziert werden musste, zeigte Wasteland 2 2014 eindrucksvoll, dass klassische Rollenspiele nach wie vor beliebt sind. Jetzt steht der dritte Streich an. Storymäßig knüpft Wasteland 3 am Vorgänger an. Die bösartige Kojis-KI wurde zerstört, was gleichzeitig dazu führte, dass die Ranger auch ihre eigene Basis dem Erdboden gleichmachen mussten. Ohne richtiges Zuhause ist die letzte Rettung der Patriarch in Colorado. Er bietet seine Hilfe an, wenn die Ranger im Gegenzug seine Kinder in Schach halten, die ihn vom Thron stoßen wollen. Doch Wasteland 3 ist mehr als nur ein Mad Max-mäßiger Babysitter-Trip. All right. Light him up. Vor allen Dingen ist Wasteland 3 grotesk brutal. Wer nicht hart im Nehmen ist, wird Probleme bekommen. Da wir bei Game Two grundsätzlich kein Blut sehen können, ohne dass sich uns der Magen umdreht, gingen wir Gewalt so oft wie es geht aus dem Weg. Das ist dankenswerterweise durchaus eine valide Option. Thanks. Saved my life. Vorausgesetzt, euer Team redet sich nicht um Kopf und Kragen. Konflikte lassen sich allerdings nicht immer vermeiden. Und wenn es dann zur Sache geht, wird es schnell öklig. Halt, 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 stopp! Wir wechseln lieber schnell den Schauplatz. Ah, schon besser. Hier haben wir einen Roboter gefunden, der uns seine Dienste freundlicherweise zur Verfügung stellt, damit wir euch das Kampfsystem jugendschutzfreundlich erklären können. Lasst uns ihn Robby nennen. Hi! Robby ist ein guter Name. Also, die Kämpfe in Wasteland 3 finden in Runden statt, wie es in klassischen Rollenspielen oftmals der Fall ist. Das bedeutet, jeder eurer Charaktere verfügt über eine gewisse Anzahl an Aktionspunkten pro Runde. Damit könnt ihr euch über die schachbrettartige Kampfzone bewegen und andere Aktionen ausführen, z.B.Feinde angreifen. Je nach Fertigkeit und Vorteile stehen euch auch besondere Fähigkeiten zur Auswahl. Diese verleihen den Kämpfen einen zusätzlichen taktischen Einschlag. Abgerundet wird das Ganze von speziellen Manövern, wie z.B. den Präzisionsschlag. Damit nehmt ihr bestimmte Stellen des Gegners aufs Korn, in dem Fall unseren kleinen Robby, was zusätzliche Auswirkungen bei ihm hervorrufen kann. Nicht die Weile! Aua! Ähnlich wie in XCOM gibt es auch die Feldposten-Option. Hier nennt sich das Hinterhalt. Bedeutet, aktiviert ihr den Hinterhalt bei einem Ranger, feuert diese auf den Gegner, wenn er am Zug ist und sich innerhalb eurer Reichweite bewegt. Kommen wir zurück zu Robby. Praktisch ist, dass ihr auf jedem Feld sehen könnt, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit ist, wenn ihr euch mit dem ausgewählten Charakter dorthin bewegt. Sonst noch was? Ach ja, Panzerungsstufen beeinflussen den Schadenswert. Die Durchschlagskraft der Waffe ebenfalls. Ist die Durchschlagskraft niedriger als die Panzerungsstufe, wird weniger Schaden verursacht. So. Das sollte aber alles Wichtige gewesen sein. Danke, Robby. Du warst eine tolle Hilfe. Aber wir brauchen dich jetzt nicht mehr. Sorry! Das ist, wie es getan wird. Gekämpft wird in Wasteland 3 durchaus das ein oder andere Mal. Das Rollenspiel versucht euch aber auch im Rahmen der Story, so viel Freiheiten wie möglich zu erlauben. Die bekommt ihr jedoch nicht ohne weiteres. Wichtig ist, dass ihr ein Team aufstellt, in dem jedes Mitglied spezielle Fertigkeiten mitbringt. Gut abgestimmt könnt ihr so ein breites Spektrum abdecken, um für die unterschiedlichsten Situationen gewappnet zu sein. Dinge wie Waffenmodifizierung, der Umgang mit Sprengstoff oder ein harter Hund, der im Zweifelsfall Gesprächspartner einschüchtern kann, sind wichtig. Bei einigen Fertigkeiten müsst ihr unter Umständen zweimal hinschauen, bis ihr peilt, was damit bewirkt wird. Hinterhältiger Scheiß zum Beispiel. Damit lassen sich leichte Alarmanlagen abschalten und die Schleichfähigkeit wird beeinflusst. Nerd-Kram umfasst das Hacken von Computern oder Robotern. Hätte man ja auch einfach Schleichen und Hacken nennen können. Aber gut, Wasteland 3 möchte auch etwas edgy daherkommen und witzig sein. Das klappt manchmal ganz gut, manchmal aber auch nicht. Sardinely! Trotzdem schaffen es die Entwickler, die Welt atmosphärisch auszustaffieren und mit interessanten Gestalten zu befüllen. Menschen, die beim ersten Treffen freundlich oder hinterlistig erscheinen, How could you let them take my family? besitzen in der Regel einen Twist, der ihr Handeln in ein anderes Licht rückt. All I ever meant was to help build a better world for you. Auch einfühlsame Liebesgeschichten werden in diesem Spiel erzählt. Ähm, na ja. Moralisch ist Wasteland 3 auf jeden Fall ein Spiel mit vielen Facetten. Und vielen Quests. Es gibt ständig jemanden, der eure Hilfe braucht. Es kann durchaus schwer fallen, da die Übersicht zu behalten oder die Aufträge zu priorisieren. Das ist Arrestus, Dorsey. Du hast mich zuerst, Jarrett. Schau? Jetzt komm und mich zuerst. Lest du all of Colorado zu hören möchtest, zuerst ein paar innoßende Leute zu töten, denn du bist zu viel zu schädlich, um ihn zu retten. Wir müssen uns um diesen Dorsey kümmern. Das ist Arapahoe 44. Wir sind auf 25 South of Colorado Springs. Zwei Eskorts getötet, und diese motherfuckers sind zurückgezogen. I'm back. Oh fuck, here are the convoy. Das klingt auch ziemlich wichtig. Was machen wir denn jetzt? Fahr weiter zum Konvoi. Nein, wir müssen diesen Dorsey schnappen. Aber beim Konvoi sind doch auch unschuldige Leben in Gefahr. Ich meinst es doch auch nicht. Manu, jetzt fahr zum Konvoi. Der Konvoi ist viel wichtiger. Du musst noch weiter durch. Ja, und du willst immer Leute umbringen. Das bringt doch nicht die Dorsi. Halt's mal! In eurem Kodiak-Truck werdet ihr übrigens die ein oder andere Meile zurücklegen, während ihr Colorado erkundet. Oftmals geht es recht friedfertig ab und ihr cruist von Denver bis nach Aspen, macht vielleicht mal bei einem Shop halt oder bringt den Truck in einem Unterschlupf wieder auf Trab. Manchmal schlittert ihr auch in Gefahrensituationen. Je nach Fertigkeit könnt ihr etwaiges Unheil abwenden. Manchmal kommt es trotzdem hart auf hart. Diese Zufallsbegegnungen haben ein bisschen was von einem JRPG, sind aber niemals nervig. Nerviger sind da stellenweise schon die ganzen Funksprüche, die aus den Boxen tönen. Do you believe in love at first sight? Of course you do. If you crave adventure, the Colorado Springs Gaming Club wants you. We play Robots and Rangers every Tuesday night. Lord, his first human victim, into his snare. His first trophy for his box of many knives. Weißt du was? Mir reicht's. Mit der Zeit hinterlasst ihr euren Stempel in der Welt von Wasteland 3. I just wanted to say thank you again for saving my life. Das spiegelt sich u.a.in eurem Hauptquartier wieder. Aus dem ranzigen Gemäuer wird mit der Zeit eine stattliche Festung. Übrigens dürft ihr ja Wasteland 3 auch im Koop mit einer weiteren Person zocken. Egal, ob ihr gemeinsam ein neues Spiel startet oder der Mitspieler zu eurem laufenden Abenteuer dazustößt. Weniger löblich. Weniger löblich ist die Menüführung. Die fällt holprig aus und das Inventar könnte insgesamt etwas übersichtlicher ausfallen. Ebenfalls nicht sonderlich gelungen ist die Schleicherei. Die gibt es so gesehen gar nicht wirklich. Okay, ihr dürft in die Hocke gehen, aber so richtig durch die Gegend schleichen ist nicht drin. Und wenn die Kamera etwas großzügiger beim Herauszoomen aus dem Spielgeschehen wäre, würde die Übersicht profitieren. Ärgerlich sind auch die technischen Probleme, die auftreten können. Dabei hat es die Konsolenversion stärker getroffen als den PC. Nicht nur ist die optisch schwächer, die gegenwärtig auftretenden Bugs strapazieren zusätzlich den Geduldsfaden. So konnten wir z.B.w. auf der PS4 den Verkaufsbildschirm beim Händler nicht mehr verlassen und mussten deswegen das Spiel neu starten. In Foren und auf Reddit ist von Bugs die Rede, die den Spielfortschritt zurücksetzen. Sowie zahlreichen Abstürzen, von denen wir zumindest weitestgehend verschont geblieben sind. Wenn Entwickler in Exile diese Ärgernisse in den Griff bekommt, ist Wasteland 3 ein unterhaltsames Rollenspiel. Dank der interessanten Persönlichkeiten ist der Wille da, sich von Quest zu Quest zu stürzen, die euch oft knallharte Entscheidungen abverlangen. Wenn irgendwann mal alles rund läuft, sollten sich nicht nur Fallout-Fans im verschneiten Colorado-Poodle wohlfühlen, sondern auch Schlägertypen, Tierflüsterer, Sprücheklopfer, Strategen, Revolverhelden, Arschkriecher, verrückte Wissenschaftler, Sprengstoffexperten ... In Deutschland gilt Fußball ja als die Sportart schlechthin, im Prinzip seit, keine Ahnung, der Steinzeit. In Japan kannte zum Beispiel in den 80er-Jahren noch niemand Fußball, bis Käpt'n Tsubasa kam. Und da wusste jeder, Fußball ist der Sport, wo man dem Torwart so doll in den Bauch schießen muss, dass dann mit ins Tor gefetzt wird. Jetzt gibt's das Ganze als waschechtes Fußballspiel, aber ob es mit PES und FIFA auch wirklich mithalten kann, das hat der gute Markus für euch getestet. Bei der alljährlichen Frage nach dem besten Fußballspiel auf dem Markt gibt es einen vorzeitigen Sieger. Und Überraschung, der heißt weder PES noch FIFA, sondern hört auf den Namen Captain Tsubasa Rise of New Champions. Warum direkt die Krönung, fragt ihr? Na, schaut euch das mal an. Epischer geht Fußball einfach nicht. Wir gratulieren zum Sieg und damit verabschiede ich mich für diese Woche. So, können wir jetzt zum ... zum seriösen Teil kommen, oder? Haha, kleiner Schatz, dann dröseln wir das Ganze mal ganz seriös von vorne auf. Wie es der Spiele-Titel verrät, handelt es sich hier um eine Umsetzung der gleichnamigen japanischen Manga- und Animationsserie. Ein Schwerpunkt ist daher der Story-Modus, wo ihr in die Fußballschuhe von Kicker-Wunderkind Tsubasa Ozora schlüpft und die Geschehnisse aus der Vorlage nachspielt. Konkret steht die nächste Landesmeisterschaft für Tsubasas Verein, den FC Nankatsu, an. Für die talentierten Jungs geht es jetzt darum, den dritten Titel in Folge zu holen und als ewige Helden von der Mittelschule zu gehen. Doch auch in den anderen Schulen befinden sich reichlich Fußballasse, die Tsubasa von seinem Thron stürzen wollen. Die Titelverteidigung wird also keine leichte Aufgabe für euch. Vor allem mit solchen Gegnern. Wie schon im Anime sind solche spektakulären Manöver an der Tagesordnung und klares Highlight von Captain Tsubasa. Egal ob Torschuss, Dribbling oder Block, die Matches sind folgepumpt mit animemäßigen Action-Sequenzen. Wir könnten uns daran gar nicht satt sehen, würden uns die kleinen Filmchen in der Tsubasa-Story nicht regelmäßig aus dem Spielfluss werfen. Dass die sog.dramatischen Action-Demos, kurz DATS, bei bestimmten Situationen mitten im Match ausgelöst werden, z.B.im Zweikampf zwischen Hauptcharakteren, finden wir ganz stimmig. Das bringt ordentlich Feuer in die Spiele und zeigt uns ikonische Szenen aus dem Anime. Tja, aber dann passiert auch mal so was hier. Das nervt tierisch. Klar, in der Animationsserie war das auch so, aber im Spiel ist ein unaufhaltsames Gegentor ganz schön demotivierend. Die sonst so schnieke Inszenierung ist auch bei Dialogen auf dem Platz etwas störend. Da ploppen mitten im Spiel riesige Textboxen auf, die euch schön die Sicht aufs Geschehen versperren. Was? Ihr habt den gegnerischen Spieler nicht kommen sehen, weil mein Gelaber euch ablenkt? Tja, gewöhnt euch dran. Die Jungs sind echte Quasselstrippen. Aber da gibt es ja noch den zweiten Story-Modus, die Episode Neuer Held. Hier tretet ihr für eine von drei berühmten Schulen in der sogenannten Neuer Held-Liga mit einem eigens erstellten Spieler an. Der Charakter-Editor ist dabei angenehm umfangreich und macht wundervolle Kreationen möglich. Mit dem frischen Kickerbuben müsst ihr euch dann nach ganz oben spielen und dabei gegen die Serienhelden antreten. Stellt ihr euch hier gut an, geht sogar in die japanische Jugendnationalmannschaft. Eure Gegner sind dann die aus dem Anime bekannten Nationalteams aus Italien, Niederlande oder Deutschland. Damit bekommt ihr eine komplette zweite Storyline, die auch wie zu Basas Episode mit reichlich Dialogen und schicken Anime-Sequenzen gefüttert ist. Das ist schon ziemlich ordentlich und macht dank einiger Zusatzelemente auch noch richtig Bock. Denn abhängig von eurer Leistung verbessert sich nach jedem Spiel die Stärke eures Teams und eures Helden. Zusätzlich könnt ihr euch mit Spielern der eigenen und gegnerischen Mannschaft anfreunden. Erreicht euer Freundschaftslevel eine bestimmte Stufe, lernt ihr deren Fähigkeiten und sogar Spezialtechniken. Das Ganze lässt sich zusätzlich mit Sammelkarten kombinieren, die ihr im Shop aus Kartenpaketen erhaltet. Übrigens ausschließlich mit eigens verdienter Ingame-Währung. Am Ende könnt ihr euer Bürschchen nach Lust und Laune ausstatten und ihn zu einer unbezwingbaren Kampfmaschine heranzüchten. Wenn euch die Story weniger interessiert und ihr lieber mit anderen Spielern und Spielerinnen bolzen wollt, könnt ihr das lokal oder auch online tun. Online dürft ihr dabei auch ein eigenes Team aus euren Lieblingsspielern zusammenstellen und in Ligaspielen antreten lassen. Aber egal, für welchen Modus wir uns entschieden haben, die Ergebnisse waren oft, naja, unbefriedigend. Das könnte natürlich daran liegen, dass der verantwortliche Redakteur eine ziemliche Fußballmiete ist. Oder eben daran, dass die Mechaniken von Captain Tsubasa vielleicht nicht die ausgeklügelsten sind. Aber fangen wir beim Gameplay mal ganz vorne an. Im Kern spielt sich Captain Tsubasa wie seine Vetter FIFA und PES. Den besonderen Kniff machen allerdings diese gelben Balken über den Köpfen unserer Japano-Knaben aus. Diese Willensanzeigen bestimmen so ziemlich jede Aktion der Spieler. Egal, ob ihr sprinten, grätschen oder schießen wollt, ohne Willenspower läuft gar nichts. Im Angriff finden wir das gar nicht mal so verkehrt, da ihr so genau überlegen müsst, wann ihr ein unblockbares Dribbling benutzt oder zum Superschuss ansetzt. Doof ist nur, dass auch die Männer im Tor mit solchen Anzeigen ausgestattet sind. Ist der Balken nur halbwegs gefüllt, wird es nahezu unmöglich, ein Tor zu schießen. Ihr müsst daher schon fast wie in einem Prügelspiel die Leiste des Torwarts wegballern, bis der Keeper keinen Willen mehr hat und den Ball irgendwann mal reingehen lässt. Ehe, du Flachpfeife! Auf welcher Position spielst du? Fasten? He-he! Heute hältst du gar nichts, außer deine Fresse! Du bist doch mit Schwein! Grrrr! Wo spielst du denn? Bei FC? Ich bin scheiße e.V. Na, Arschlieger? He-he-he! Und jetzt für das! Ich bin gar nicht doof! Tor! Nach einem Tor oder der Halbzeit ist die Willenskraft des Torhüters wieder komplett aufgefüllt und das Spielchen geht von vorne los. Das ist schon ziemlich öde. Das Tore-Schießen läuft fast nur nach dem gleichen Schema ab. Ihr rennt in den Strafraum und ballert euren Superschuss auf den Kasten. Wie ihr zum Tor steht und in welche Richtung ihr drückt, spielt keine Rolle. Uns sind zwar auch mal ein, zwei normale Tore gelungen, aber ohne krasse Powerschüsse wird das in der Regel nichts. So cool die auch aussehen, aber irgendwann hat man einfach die Nase voll davon. Zumal sich oft auch nicht so viele Torchancen bieten. Fouls und Strafschüsse gibt's nämlich nicht. Ihr könnt daher tacklen und grätschen bis zum Umfallen. Nein, danke, schon gut. Ich hab auf keinen Fall Lust, Weihnachten im Krankenhaus zu verbringen. Das nervt auf Dauer und wirkliche Spannung entsteht so nur selten. Wir haben uns grad so schön warm gemeckert, da machen wir doch gleich mit der Präsentation weiter. Abseits der schick anzusehenden Ballermanöver gibt's die gleichen Macken wie in vielen anderen Anime-Games. Hässliche Texturen, verwaschene Untertitel, elendig lange Dialoge, in denen fast nichts passiert und wenn's mal spannend werden könnte, kommt ne Schwarzblende. Dann noch die Vertonung. Klöblich ist, dass wirklich große Teile des Spiels eine Sprachausgabe erhalten haben. Dass die aber ausschließlich auf Japanisch verfügbar ist, finden wir schon schade. Immerhin bekommen wir zur Aufmunterung Japaner, die sich bemühen, deutsche Namen auszusprechen. Ja, die Sache mit dem besten Fußballspiel müssten wir wohl wieder zurücknehmen. Captain Tsubasa ist ein fantastisches Anime-Spiel. Die Vorlage vom Manga und Anime wurde toll umgesetzt und wirklich stimmungsvoll inszeniert. Inhaltlich gibt's auch wenig zu meckern. Neben zwei unterhaltsamen Kampagnen sind die üblichen Modi vertreten und im Archiv können sich Fans stundenlang ihrer Nostalgie hingeben. Nur eben den Fußballspielen selbst fehlt es einfach an Spannung. Für den schnellen Amateur-Kick für Zwischendurch mag das genügen. Der gemeine Fußball-Nah ist aber mit der alljährlichen Bolzkost von EA und Konami deutlich besser bedient. Moin Moin und Hallo zu einer neuen Woche brandheißer News. Los geht's mit einer kuriosen Spendenaktion. Falls ihr die letzte Zeit nicht hinter dem Mond verbracht habt, seid ihr an diesem Spiel nicht vorbeigekommen. Fall Guys, die quietschbunte Battle Royale-Sause bricht nicht nur ein Download-Rekord nach dem anderen, sondern zieht auch die Aufmerksamkeit des gesamten Internets auf sich. Zahllose kreative Skins von anderen Videospiel-Franchises, Streamern oder Firmen fluteten die sozialen Medien. Als Antwort auf diese Welle kündigte das Entwicklerstudio MediaTonic eine zweiwöchige Online-Auktion an, bei der dem Höchstbietenden ein personalisiertes Kostüm winkte. Der immense Erlös von einer Million US-Dollar wurde an Special Effect gespendet. Die Wohltätigkeitsorganisation aus dem Vereinigten Königreich kümmert sich um die Inklusion von körperlich beeinträchtigten Gamern. Ach ja, und es gibt wohl bald einen Skin des Streamers Ninja in Kooperation mit dem YouTuber MrBeast, der Esports-Organisation G2Esports und dem Steam-Spiel AimLab, die sich zu der Spende zusammengetan haben. Einen, sagen wir mal, weniger guten Start hat diese Woche ein anderes Spiel hingelegt und damit aber ebenfalls für einen Rekord gesorgt. Madden NFL 21. Dass Electronic Arts Sportspiele in den letzten Jahren nicht unbedingt den besten Ruf genießen, hat mehrere Gründe. Da steht auf der einen Seite die stetig wachsende Fokussierung von Mikrotransaktionen, auf der anderen der Vorwurf, dass die Spiele sich von Mal zu Mal weniger weiterentwickeln und an technischen Mängeln nicht ausreichend gearbeitet wird. Das am 28.August erschienene Madden NFL 21 hat für die Online-Community den Vogel aber abgeschossen. Es häupften sich Berichte all der negativen Aspekte, die Fans auch schon in der Vergangenheit massiv kritisierten. Und so kam es, wie es kommen musste. Trotz der recht neuen, 36-stündigen Reviewsperre wurde das Spiel massenhaft mit Null-Punkte-Wertung abgestraft. Das Ergebnis, der schlechteste User-Review-Score auf Metacritic aller Zeiten, 0,3 von 10. Damit stößt Madden NFL 21 Warcraft 3 Reforged vom Thron. Also, weg damit und her mit dem Ticker! Witcher Go! Mit The Witcher Monster Slayer kündigte CD Projekt Red und einen Tag vor dem Start der digitalen Gamescom 2020 ein kostenloses Mobile-RPG an, das Augmented Reality-Funktionen nutzt. Ähnlich wie bei Niantics Erfolgskrachern, Pokémon Go und Harry Potter Wizards Unite müsst ihr mit eurem Smartphone durch die echte Welt streifen, um in diesem Fall Elite-Monsterjäger zu werden. Entwickelt wird das Ganze von Spocko, die zu CD Projekt Red gehören, und einen Starttermin soll die Hexerjagd noch dieses Jahr erhalten. Rekordverdächtig? Kurz vor Release des Superhelden-Blockbusters Marvel's Avengers hat Square Enix jetzt bekannt gegeben, dass die Open Beta zum Spiel die, Zitat, meist gedownloadete Beta in der Geschichte der PlayStation war. Wie zufrieden die Spieler waren oder wie lange und ob die Spieler und Spielerinnen sich überhaupt mit dem kostenlosen Angebot beschäftigt haben, ist nicht bekannt. Hello Again! Erinnert ihr euch noch an Sean Murray? Der vor allem im Zuge seiner Versprechung zum umstrittenen No Man's Sky bekannt gewordene Chef der britischen Entwicklerschmiede Hello Games gab in einem Interview mit Polygon bekannt, dass das Studio an einem weiteren riesigen und ambitionierten Projekt wie No Man's Sky arbeite. Und das, obwohl Hello Games erst letzte Woche das Adventure- und Rätselspiel The Last Campfire veröffentlicht hat. Best of Both Worlds? Die erste digitale Gamescom ist vorbei und mittlerweile wurde auch ein Fazit gezogen. Der Industrieverband Game und die Köln-Messe bewerten diese als Erfolg. Die Opening Night Live verzeichnete 2 Mio. Zuschauer und Zuschauerinnen. Insgesamt sollen die Gamescom-Showformate laut den Veranstaltern 10 Mio.Unique-User aus 180 Ländern gesehen haben. Für 2021 wurden jetzt auch schon erste Pläne enthüllt. Demnach soll die Gamescom nächstes Jahr vom 25. bis 29. August stattfinden und ein Hybrid aus Vor-Ort-Veranstaltungen und digitaler Messe werden. Falls ihr unser Fazit zur Gamescom 2020 noch nicht gehört habt, schaut gerne ins letzte Montag-Video. Das haben wir euch hier verlinkt. Hinterlasst uns da gerne Feedback. Massenhaft Kommentare musste auch Ubisoft einstecken, denn die haben Tom Clancy's Elite Squad mit einer kontroversen Intro-Sequenz veröffentlicht. In Ubisofts neuen Mobile-RPG stellen die Spieler ein Team aus bekannten Figuren der Tom-Clancy-Reihe zusammen, um gegen die Untergrund-Terrororganisation Umbra zu kämpfen. Doch als diese in einer Cutscene vorgestellt wurde, reagierte das weltweite Publikum mit einem Aufschrei. Das Logo des Regimes, das mit Gewalt und ohne Skrupel eine neue Weltordnung aufbauen möchte, ist eine schwarz in die Luft gestreckte Faust. Da diese in der Realität als Symbol der Black-Lives-Matter-Bewegung und als zentrales Zeichen gegen Rassismus und Unterdrückung verwendet wird, ist die Darstellung hier mehr als unglücklich gewählt. Das erkannte nach dem Medienecho auch der Creative Director des Spiels Charly Guillemot. Auf dem Ubisoft-Twitter-Account wurde eine Entschuldigung veröffentlicht, die ebenfalls ankündigt, das Symbol mit dem nächsten Update zu entfernen. So, ich wollt mich ja eigentlich schon verabschieden, aber habt ihr mal diese Katze gesehen? Das ist Jennifer und ihr Verbleib beschäftigt mittlerweile seit knapp einem Jahr World of Warcraft-Spiele auf der gesamten Welt. Das wohl schwerste Rätsel des MMOs könnte jetzt von euch gelöst werden, denn Blizzard hat einen Tipp zur Suche veröffentlicht oder zumindest einen kryptischen Tweet. Ich mach mich jetzt auf ins Eschental und nach Karazhan, denn dort soll sie zuletzt gesehen worden sein. Haut rein, bis nächste Woche, tschüss. Es gibt Spiele, die spielt man nicht, sondern man zieht gegen sie in den Krieg. Heute sind es Spiele wie Dark Souls, aber früher war es Battletoads. Ja, vielleicht ein bisschen weniger motivierend und auch ein bisschen unfairer. Ja, aber es gibt jetzt Nachfolger und ganz ehrlich, wir haben so viel Schiss vor dem Spiel, dass wir es unter einem Stapel anderer Spiele in unter dem Radar verstecken. Matrose, wie konntest du dir die ganzen Spielspaßgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar! Unter dem Radar! Es ist wieder so weit, heute stellen wir euch ein paar Gaming-Perlen vor, die hier definitiv nicht fehlen dürfen. Also lehnt euch zurück und lasst durch die nächsten Minuten von unserer atemberaubenden Auswahl berieseln. Die Life is Strange Entwickler Don't Not haben ein neues Spiel veröffentlicht, Tell Me Why. Ain't nothin' but a heartache, tell me why! Oh, sorry. Aber gebt's doch zu, ihr habt auch mitgesungen. Das neue Adventure ist genauso catchy. Ihr erlebt die Geschichte von den Zwillingen Alison und Tyler, die auf ganz besondere Weise miteinander verbunden sind. I'm outside. But I can hear you in my head. In ihrer Kindheit durchleben die beiden eine traumatische Nacht, die das Schlüsselereignis des Spiels darstellt. Als sie nach zehn Jahren an den Ort des Geschehens zurückkehren, entdecken sie eine seltsame Fähigkeit. Das visuelle Abspielen ihrer Vergangenheit. Die Erinnerungen der Geschwister können dabei verschieden sein. Und vielleicht verlief die Nacht ja auch gar nicht so, wie die beiden es immer geglaubt haben. Mehr zur Story verraten wir euch erst mal nicht. Kommen wir also zum Gameplay. Das besteht wie gewohnt aus Zuschauen, Betrachten, Interagieren und vor allem Entscheidungen treffen. Denn die haben wieder weitreichende Konsequenzen und bestimmen im Verlaufe der Geschichte vor allem den Zusammenhalt der Geschwister. Ob sich Tell Me Why also lohnt? Wir finden schon, vor allem wegen der interessanten Geschichte. Wir freuen uns zumindest schon derbe auf die nächsten beiden Episoden. Menschen mit ausgeprägter Arachnophobie kennen das. Plötzlich bewegt sich was in eurem Blickfeld. Eine Spinne. Die Panik steigt. Womit könnt ihr das kleine Horrorviech plattmachen? Ein Klemmbrett? Ein Stapel Bücher? Ein Revolver? TNT? Was zum ... In Killed With Fire ist nicht nur euer Haus von Spinnen überrannt worden, sondern auch die Tankstelle oder mal der Zen-Garten nebenan. Eure Aufgabe ist es, so viele Spinnen wie möglich auf alle erdenklichen Arten klarzumachen. Aber als wäre das noch nicht genug, springen euch die Achtbeiner an, explodieren gleich ganz oder sind sogar radioaktiv verstrahlt. Je mehr ihr davon um die Ecke bringt, desto besser. Denn es erwarten euch weitere Räume voller mutierter Ungeheuer und Upgrades fürs fortgeschrittene Spinnen-Töten. Außerdem erhaltet ihr in jeder Mission mindestens zwei besonders wummsige Waffen, wenn ihr die abwechslungsreichen Zusatzaufgaben erfüllt. An der Tankstelle Waren einscannen oder ganz einfach Muttis Geschirrzeitdeppern. Klingt zwar unsinnig, kann aber ganz spaßig sein. Eine Story drumherum braucht ihr allerdings nicht zu erwarten. Den ein oder anderen werden die letzten Level aber doch überraschen. Für rund 13 Euro könnt ihr euch als Spinnenschlechter versuchen, wenn ihr euch denn traut. Braucht ihr doch lieber etwas Entspanntes, dann schaut euch doch mal Spiritfarer an. In diesem hübsch gezeichneten Management-Abenteuer spielt ihr Stella, die den Fährmeister Sharon ablösen soll. Schnell werdet ihr mit eurem Kater Defodil eurer neuen Aufgabe überlassen. Sucht verlorene Seelen, bringt sie auf eure Fähre und kümmert euch um sie. D.h.kochen, knuddeln, zuhören und natürlich auch bei allerlei Wünschen helfen. Sei es ein eigenes Haus, ein Arbeits- oder Hobbyraum oder das Aufarbeiten der Vergangenheit. Im Laufe des Spiels müsst ihr weitere Ressourcen sammeln und anbauen, damit ihr die Fähre und die darauf platzierten Räume aufwerten könnt. Dazu segelt ihr von Insel zu Insel und hackt dort alles kurz und klein, was ihr findet. Während der Reise dorthin könnt ihr euch um eure Gefährten und auch um die Gärten und Felder auf dem Schiff kümmern oder Ressourcen verarbeiten. Doch das ist nicht alles. Auf eurem Weg gelangt ihr in besondere Gebiete, in denen z.B.Blitze, Sternschnuppen oder auch Geleequallen für weitere nützliche Materialien eingefangen werden müssen. Nach einiger Zeit auf der Fähre kommt allerdings der Punkt, an dem ihr für eine Seele alles in eurer Macht Stehende getan habt. Jetzt folgt der traurige Teil, der das zentrale Thema des Spiels darstellt. Als Fährfrau müsst ihr die Seelen bei ihrem Übergang ins Jenseits begleiten. Dass das emotional werden kann, sollte euch bei diesen Bildern bereits klar geworden sein. Aber begebt euch am besten selbst auf die Reise. Es lohnt sich. Falls ihr aber lieber eure grauen Zellen trainieren wollt, dann schaut doch in Relicta rein. Hier spielt sich nämlich alles auf dem Mond ab, auch wenn es nicht wirklich danach aussieht. Als tollkühne Physikerin müsst ihr Rätsel lösen, die mit Physik zu tun haben. Oh! Boah! Mit diesen Handschuhen-ähnlichen Dingern steuert ihr dafür Schwerkraft und Magnetfelder. Ziel des Ganzen ist es, diese Würfel durch einen Hindernisparcours und auf Plattformen zu wuchsieren. Das kommt euch bekannt vor? Ja, uns auch. In Sachen Levelaufbau und Machart ähnelt Relicta dem Klassiker Portal, fühlt sich aber trotzdem frisch an. Abgerundet wird das Ganze durch die unterhaltsame Geschichte und die interessant geschriebenen Figuren. Auch wenn dieses Rum-Gerätsele nicht an Portal heranreichen kann, ist es doch eine nette Alternative, die ihr für ca.20 Euro ergattern könnt. Als Nächstes stellen wir euch die Visual-Novel Necrobarista vor. Das Genre mag zwar nicht für alle etwas sein, aber wir waren von der Story und deren Umsetzung sehr angetan. In der Hauptgeschichte erfahrt ihr alles über ein gemütliches Café namens Terminal. Vielleicht könnt ihr es bei dem Titel schon erahnen. Hier gönnen sich nicht nur die Lebenden ab und zu einen Latte, sondern auch die Toten. Die haben 24 Stunden Zeit, um sich noch einen letzten Koffeinkick zu geben, bevor sie weiterziehen müssen. Ihr verfolgt in Necrobarista die Geschichte von fünf unterschiedlich sympathischen Protagonisten. Zwischen den einzelnen Kapiteln ist es zudem möglich, das Café auf eigene Faust zu erkunden und so durch Side-Stories mehr über die Geschehnisse und Hintergründe der wundersamen Welt zu erfahren. 3D-Look und fehlende Sprachausgabe können zwar auf den ersten Blick abschrecken, doch lasst euch nicht täuschen. Durch die verschiedenen Perspektiven, Gesichtsausdrücke und vor allem den sich an die Situation anpassenden Text fühlt sich der Spieler oder Leser schnell in die jeweilige Szene hinein und kann mit Necrobarista circa fünf Stunden lang Spaß haben. Ach ja, Battletoads, wie wir dich doch vermisst haben. Nee, so nicht, Alter, so gar nicht. Zum Heulen, ey. Nee. Was für ein Drecks-Kack-Level das ist, ey. Endlich hat Were einen neuen Ableger an den Start gebracht. Im Comic-Stil könnt ihr jetzt die drei Kröten Rash, Sitz und Pimple auf ihrem Abenteuer begleiten. Die drei befanden sich über mehrere Jahrzehnte in einer Scheinwelt und müssen sich damit abfinden, 0815-Jobs zu verrichten. Auch wenn es so aussieht, als würde Pimple seinen neuen Beruf als Masseur sehr genießen, beschließen die drei, sich wieder auf ihren Heldenfahrt zu begeben. Wuhu! Battletoads-Reboot! Dabei lassen sie in 2,5D wieder richtig die Fäuste fliegen. Egal ob Ratten, Popcorn-Spender oder Riesenschweine, hier bekommt jeder sein Fett weg. Der hohe Schwierigkeitsgrad vom ersten Teil wurde originalgetreu übernommen und auch die Zwischenlevel und Minigames sorgen für Abwechslung. Ebenfalls sehr angenehm, der total dämliche Humor. Come in, brothers! Are we brothers? We never talk about it! Take a seat, I'll stand! No, 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 you stand, I'll sit! Everyone stands! Ein gelungenes Comeback also, zumindest wenn ihr eure Nerven gut im Griff habt. Mann, wie lange geht denn dieser verschissene Abschnitt? So, zum Abschluss drücken wir etwas auf die Tube und stellen euch noch schnell drei Spiele vor, die unserer Meinung nach eine Erwähnung verdient haben. Dazu zählt das Point-and-Click Willy Morgan and the Curse of Bone Town. Eine etwa 3- bis 4-stündige Hommage an das 1997 entwickelte The Curse of Monkey Island. Hier geht ihr als der 15-jährige Willy auf die Suche nach einem verschollenen Schatz und eurem Vater. Auch wenn die Rätsel hier etwas einfach gehalten sind, überzeugen doch Humor und vor allem die liebevoll erzählte Geschichte. Bei Otherside handelt es sich um ein sehr düsteres, rundenbasiertes Strategie-Game. Hier erschafft ihr euch eine eigene Armee aus den Töchtern von Echo, der größten Kriegerin aller Zeiten. Na klar, was auch sonst. Taktisch wird es vor allem beim Kampfsystem und auch bei der Heilung. Wollt ihr eine Tochter aufpäppeln, müsst ihr eine andere opfern. Sterben alle, müsst ihr wieder von vorne anfangen. Wobei euer Fortschritt aber nicht ganz verloren geht. Wer Bock auf fordernde, abwechslungsreiche und mysteriöse Unterhaltung hat, ist hier genau richtig. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Manual Samuel? Das Spiel, bei dem ihr alle Körperteile und Funktionen selbst steuern musstet? Das war schon witzig. Mit der Knobelei Hellheim Hassle gehen die Entwickler einen ähnlichen Weg. Ihr könnt zwar auch eure Körperteile einzeln steuern, aber auf eine andere, etwas makabre Art. Gott sei Dank ist der Humor aber derselbe geblieben, denn der ist das eigentliche Highlight auf eurem Weg nach Hellheim. Move out, Hellen! Tja, das war's auch schon wieder. Wir hoffen, dass für jeden was dabei war. Wenn nicht, gibt's bestimmt beim nächsten Mal was für euch. Bis dahin, euer Ingo. ARD Text im Auftrag von Funk Nun, das war's mit Game Two für diese Woche. Also, mit der Sendung. Wenn ihr wissen wollt, was hier noch so Tolles passiert auf diesem Kanal, dann abonniert ihn doch einfach. Und wenn ihr zehn Filmtipps haben wollt, die euch optimal auf Cyberpunk 2077 einstimmen, dann checkt mal dieses Video ab von unseren Freunden von Cinema Strikes Back. Wiederschauen, Rheingau.